Guten Morgen zusammen und herzliche Grüße aus Lüllea in Schweden. Das Eis dieses Sees, auf dem ich gerade stehe, ist eineinhalb Meter zugefroren und wir haben minus fünf Grad. Am 7.8. Juni 2024 ist es hoffentlich schon viel wärmer, denn dort findet der Bundeskongress Physiotherapie unter dem Motto Wirkstoffphysiotherapie statt. Mein Name ist Klaus Bayerlein. Ich lade euch recht herzlich ein, dabei zu sein. Wir haben einen Blumenstrauß an Vorträgen von Sportphysiotherapie über Neurorehabilitation bis hin zur planetaren Gesundheit. Da ist für jeden etwas dabei. Zum anderen die Möglichkeit zu netzwerken und Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die man vielleicht nur aus Büchern oder Fachzeitschriften kennt. Und zu guter Letzt natürlich ganz wichtig am Freitagabend die Come-Together-Party. Und da zeigt sich mal wieder, dass PhysiotherapeutInnen wahre Bewegungsspezialisten sind. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Melde dich noch jetzt an. Der Early Bird läuft noch bis Ende März 2024. Schöne Grüße aus Schweden. Ciao, ciao.